Richterich hat eine hohe Lebens- und Wohnqualität. Dass das so bleibt, dafür möchte ich mich in der nächsten Wahlperiode im Stadtrat einsetzen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass der geplante Eisenbahnhaltepunkt als Verknüpfungspunkt zu allen anderen Verkehrsmitteln die Attraktivität Richterichs stärkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich das neue Wohngebiet Richterich Adell. Mir ist wichtig, dass die neue Erschließung nicht zu Lasten der Richtericher geht. Konkret muss darauf geachtet werden, dass die geplante Umgehung so an die Römerner Straße angebunden wird, dass es nicht zu Staus im Berufsverkehr kommt. Für die Umsetzung dieser Ziele bitte ich um Deine und Ihre Unterstützung bei der Kommunalwahl am 13. September. Untertitelung des ZDF für funk, 2017